Hallo, guck mal. Hey. Es muss eigentlich gehen hier sein. Okay. Okay. Ja, aber auch nicht gleich dieses Schumau, okay? Okay. Schau, die haut du ab. Bist du Markus? Hi, cool. Der Klupe. Der Klupe. Der Klupe. Ich bin schmiedscht. Ich stehe da recht frei. Siehst du das? Warte. Warte mal. Ganz oben, recht frei. Ich filme da noch nicht, oder? Jetzt muss ich schon filmen. Was ist das? Recht frei, da. Nein, nein. Nein, nein, nein. Und wenn ich noch mal drauf drücke, dann ist es wieder geil. Warte, Dieselmänner. Sie 30er BMW. Zwei. Ja, der ganze Prosecco mit eingekühlt. So, und so ist es auch ganz. So, 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 so. So, 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 so. Für auch einen Kons – Mmmh-hmmm, goldau- pup, weiß du mal. Sehr lustig. Super Fahrzeug, ich bin kein Outerein— apostles. Ah Meyer1. Und je wert. Unsere Beschopener sind unterwegs die Rotos Elise. Man könnte hier sprengen. Da sind wir ganz gespannt drauf, ob ihm das auch gelingt. Nein, nein, das ist bald schon. Das ist alles im grünen Bereich, sage ich. Uns ist noch ganz locker da. Das ist überhaupt nichts. Bei uns nähert sich am Rennen. Es ist immer näher. Mit der 3807 Patrick. Wir waren im 100 CRX mit spezieller Kiro 108,9. Und wir haben noch 1034 hier. Ein 433 ist sensationell. Es fahnt euch hier. Hier haben wir bis heute zurück. Genau. Was? Ja, gar nicht. Kann ich mir da nicht richtig aufkommen? Du? Was? Du? Was ist fährt? Ja. Au! Die Flasche sind in der Nähe von der Flasche. Das ist mir gefallen, das ist kurz halten. Ja, kurz halten. So lange stein, dann bleibst du rein. Ach so. Lärk ich mal einen Schluck trinken, oder nicht? Jungs, Burscheiß. Kannst doch rein. Das ist der Eneberger im VW, wenn es so über 2.500 Kilometer, offene Klasse. Ein 2,8 Kilometer ist ein schwerer Geld. Ja, was, der Ols ist gerade gestartet, so ein Job im Kind, ja. Der Ols ist der erste Starter geworden. Ist gerade weggeblossen, ja. Der Markus ist der zweite. Ols ist jetzt voll weggeblossen, ja. Das ist ein Schwieriger. Ist auch ein Schwieriger. Habe dahin, das kann ein bisschen... Das ist ein Schwieriger. Abschaack. Was los sind? Was los sind? Ja, ist das. Du sehr hattest. Das ist auchinein. Danke. Guck dir das. Sehr schön, da geht's. Die 168 Kilometer fahren. 10,64 Kilometer mit 10,04 Kilometer. Und jetzt wird's spannend für die 168 Kilometer. Jetzt geht's hier auch. 9,entin. wichtig für die 17今日. Wenn wir uns noch mal kommen, auch wieder Komphi durch ku стр. Wie soll das einfach in die 100 Kilometer bleiben? Ist nichtД so, Das ist Minitour, 127.9. Dem Hermann Waldi einiges entgegenzuhalten haben. Schauen wir mal, wer der schneller ist von den beiden. Ein Formelrenner oder der Borsche Pitur. Sehr geil. Radio mit Autotrömerer. Hey, Lady. Wie ist die von Bayern? Da kommen Sie alle wieder herein. Jawoll. Die sind ja da kommt nur fein. Die Litter der Waffe da für Rallyläufe damit bestrickten worden. Siege hat es gegeben. Ja, das schwung in der D. Super. Schöner Gold. Avento. Die guten Fans haben jetzt rein. Jawoll. Ja, genau. Die geht gut. 150. Ja, gut. Ja, gut. Ja, gut. Ja, gut. Ja, gut. Ja, gut. Ja. Ich habe noch eine 1.6 Liter Kompressor. Es wäre der Hara-Marcus jetzt noch. Ich kann auch nicht sein. So, Strecke frei. Wir starten wieder. Jawoll! Passt ok. Doppelt und dreifach abgesichert. So, dann los geht's hier von Erech rüber! Ohhhh! Grüße! Aber hier hat Zeit! Boah, interesse! Das ist 137 rund, 107 von 98 und her 10, 31 Da hat er Glück gesucht, aber keine gefunden könnte auf die Kupplung gewesen sein So, die 156 ist das er! René Berger in... Nein! 157. Markus Haber, danke! 2,1 Liter Toro! Wow, das geht voll aus hier! Ja, was ist denn er? Blut? Ja, was ist denn er?